Hallo Ladies and Gentlemen, wir stehen vor einem Haus in Florida, das zum Verkauf steht. Es kostet nur 110.000 US-Dollar. Dieses Haus ist 1600 square foot groß, hat drei Schlafzimmer, ein Badezimmer, ein Wohnzimmer und eine Küche. Wenn auch Sie ein Interesse an einem Haus oder einer Eigentumswohnung in Florida haben, dann sollten Sie jetzt mit uns sprechen. Den Link für eine Kontaktaufnahme finden Sie am Ende dieses Films. Danke für das Anschauen des Films mit sonnigen Grüßen aus Florida. Vielen Dank. Vielen Dank.